Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich so ein Motoröl beim Auto richtig nachfüllen kann, wenn beim Ölstand kontrollieren einfach zu wenig drinnen war. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Nachdem der Motor betriebswarm gefahren wurde und das Auto für circa 5 Minuten auf einer ebenen Fläche stand, habe ich mal den Ölstand kontrolliert, wofür ich übrigens auch noch ein extra Video gemacht habe, wo ich das Ganze natürlich noch ausführlicher zeige. Und hier konnte ich jetzt sehen, dass mein Ölstand auf jeden Fall zu niedrig ist und ich hier deswegen Öl nachfüllen muss. Jetzt schauen wir in unserer Betriebsanleitung vom Auto, aber erstmal beim Thema Motoröl, was für ein Motoröl wir genau benötigen. Und bei mir kann ich hier in der Tabelle schon sehen, ich habe einen Dieselmotor mit Dieselpartikelfilter, weswegen ich hier in der Mitte bin. Ich möchte das Ganze mit Longlife haben und deswegen habe ich die Motoröl Spezifikation VW 50700 und das Ganze kann ich jetzt auch bei meinem gekauften Motoröl hier hinten nämlich ablesen. VW 50700, weswegen dieses auf jeden Fall passt. Bevor wir jetzt aber nach Lust und Laune ein paar Liter Öl in unserem Motor füllen und am Ende sogar zu viel nachgefüllt haben, schauen wir mal auf der nächsten Seite noch die entsprechende Grafik an. Hier ist mal mein Ölmessstab und hier unten habe ich die Minimalgrenze und hier oben die Maximalgrenze. Also normalerweise sagt man, man sollte etwas über der Hälfte hier drüber liegen. Je nach Fahrzeugtyp ist zwischen Minimal und Maximal jetzt 0,5 bis 1 Liter Motoröl und man sollte auf jeden Fall immer in 0,5 Liter Schritten das Ganze nachfüllen und danach wieder entsprechend nachkontrollieren. Nicht, dass man am Ende zum Beispiel 1 Liter einfüllt und dann über Maximum ist und hier entsprechend wieder absaugen muss. Laut meinem aktuellen Füllstand sollten also 0,5 Liter bzw. 500 Milliliter Motoröl, was ich ja hier an der Markierung auch gut erkennen kann, auf jeden Fall erst einmal ausreichen. Und aus diesem Grund muss ich jetzt hier hinten auch mal meine Motorfüllöffnung gegen den Uhrzeigersinn drehen, hier meistens mit etwas Schmackes. Dann kann ich diese nämlich auch schon öffnen bzw. den Deckel herausnehmen und anschließend am besten noch einen Trichter hier einsetzen, denn dann geht das Einfüllen von dem Öl natürlich dann auch um einiges leichter. Sobald das geschehen ist, kann ich meinen Trichter wieder rausnehmen, natürlich darauf achten, da kann etwas Öl dran sein und anschließend muss ich meinen Deckel hier oben einmal wieder aufsetzen, im Uhrzeigersinn festdrehen, dass dieser gut verschlossen ist und jetzt einmal so circa 2 bis 3 Minuten warten, bis das Öl auch wieder in die Ölwanne abgesagt ist und dann kann ich meinen Ölstand hier erneut kontrollieren. Bei mir ist die Zeit rum, weswegen ich meinen Ölmessstab hier vorne mal mit einem fusselfreien Tuch wieder komplett sauber mache und anschließend kann ich diesen nämlich hier in meinen Stutzen einmal hineingeben, bis es normalerweise auch klackt und sobald ich ihn jetzt wieder rausziehe, kann ich mal das Ergebnis betrachten. Bei mir ist der Ölstand jetzt etwas über der Hälfte, so wie es auch sein sollte und aus dem Grund kann ich den Ölmessstab jetzt auch wieder in meinen Stutz hineingeben, nochmal nachkontrollieren, ob der Deckel auch wirklich drauf ist und somit haben wir dann nämlich auch schon Motoröl bei unserem Auto richtig nachgefüllt. Wenn es bei dir natürlich hier immer noch etwas zu wenig ist, dann einfach die Schritte von zuvor wiederholen, bis das Ergebnis auf jeden Fall passt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so ein Motoröl hier oder auch einen Trichter zum Befüllen zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Ich bin nehmt mir gerne drin, ich bin nehmt mir gar nicht mehr zu verpassen. Vielen Dank.